Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist wieder Freitag, deswegen blicken wir auf aktuelle News und natürlich auch auf den Chart. Was hat sich seit unserer letzten Analyse getan? Sind möglicherweise neue Kaufzonen gehittet worden? Und gibt es möglicherweise neue Trade-Möglichkeiten? All das werden wir uns auf jeden Fall heute in kurz und knapp mal ein bisschen genauer angucken. Es gab ja einen kleinen XRP-Diebstahl, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ein bisschen schmunzeln muss ich, sorry. Ansonsten, bevor wir wieder starten, lasst dem Video schon mal gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit dem Video. Bitcoin. XRP momentan bei 50 US-Dollar Cent. Wenn wir uns mal so das Gesamtbild angucken, es ist weiterhin eher Downside geprägt. Das heißt, wir haben keine wirklichen Impulse nach oben, weder nach unten hinbekommen. Wir hatten einen kleineren oder leichteren Abverkauf diese Woche. Das war natürlich hier am Dienstag. Am 30. Januar ging es dann nochmal deutlich nach unten, beziehungsweise Dienstagabend mit eben diesem Abverkauf, wo es dann zwischenzeitlich, wenn wir uns das mal hier prozentual ganz kurz angucken, bis auf 10% nach unten hingegangen. Ja, was hatte das zu tun? Eigentlich nicht wirklich viel. Und zwar großer XRP-Diebstahl trifft Ripple Mitbegründer. Also es ging hier nicht generell um Ripple, sondern es betraf eher hier den Mitbegründer. Wenn wir uns einen Artikel mal ganz kurz durchlesen. Am vergangenen Dienstag haben Hacker-XRP-Token im Wert von 112 Millionen US-Dollar von Chris Larsen, ein Mitbegründer des Ripple-Projekts, aus dem XRP hervorgehen, gestohlen. Auf dem Diebstahl aufmerksam machte, gestern, blablabla, die gestohlenen Gelder seien bereits auf Plattformen wie Binance-Kraken und auf anderen Börsen verschoben worden, hieß es dort. Kurz darauf meldete sich Chris Larsen zu Wort und erklärte auf X, der unbefugte Zugriff sei auf einige seiner persönlichen XRP-Konten erfolgt, nicht auf jene des Ripple-Projekts. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat trotzdem aber für einen, weil natürlich das auch durch die Telegram-Gruppen und überall durchgegangen ist, hieß es, okay, XRP-Hack, aber es war ja nicht Gesamt-XRP, was gehackt wurde. Sondern nur von Chris Larsen. Trotzdem hat es für einen Impact gesorgt, wo wir uns ja eben gerade angeguckt haben, von 10% auf den Kurs. Und der Kurs hat sich auch nicht wirklich mehr richtig erholt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, dann ist alles schon gut. Jetzt muss eigentlich die Erholung folgen. Aber wenn wir uns mal, ihr könnt euch an diese blaue Linie hier erinnern von letzter Woche. Das war genau unsere Ineffizienz. Und hier hat sich der Markt wirklich hier, klar, wir sind noch kurz drunter geriggt, hier auf 48 US-Dollar, sind 48,8. Aber unsere Ineffizienz lag hier unten bei 49 US-Dollar. Und die hat sich der Markt perfekt geholt, auch nochmal als Support bestätigt. Und das war ja auch unsere, ja, kurzfristige Prognose, dass wir hier dann eine Erholung sehen in diesem Preisbereich und von hier aus erstmal eine kleine Erholung nach oben hin sehen. Diese Erholung, klar, ist jetzt noch nicht vollständig hier eingepriesen. Aber die Möglichkeit, dass wir hier wieder in Richtung 52 oder 53 US-Dollar gehen, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ändert aber nichts an der übergeordneten Tatsache, dass ich hier weiterhin eher bearish eingestellt werde. Egal, was momentan passiert, wir sind momentan hier in keinem bullischen Umfeld. Die Kurse kennen nur eine Richtung und das ist nach unten. Dann kommt noch so in Anführungszeichen Fake News durch eben einen Hack, der ja überhaupt nichts mit XRP an sich zu tun hat. Das waren persönliche Konten, also kann man das natürlich nicht auf XRP schieben. Aber wir verlieren hier einen wichtigen Preisbereich nach dem anderen. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, hier die ganzen FIP-Levels von unserem High bei 93 US-Dollar-Cent vom letzten Jahr, haben wir jetzt das Golden Pocket nach unten hin verlassen und das auch schon mehrfach auf Daily-Sicht. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir hier jetzt schon mehrere Tage hier darunter traden, beziehungsweise hier keinen Impuls mehr nach oben hinkriegen. Natürlich, wie gesagt, wir haben die Ineffizienz hier geschlossen, hier war auch eine kleine schöne Demandzone. Aber so richtig Bullish sieht das noch nicht aus. Deswegen bleibe ich bei meiner These. Nach unten hin bis 42 oder knapp 43 US-Dollar-Cent haben wir noch bis zum 0,786er auf jeden Fall Luft. Und diese Korrektur wird auch immer, immer wahrscheinlicher und zieht sich jetzt ja auch schon bereits seit ein paar Wochen. Und solange wir hier eben keine richtigen Impulse sehen, natürlich wir haben jetzt hier diesen Abtrend, den wir hier mal eingezeichnet haben auf Daily-Sicht, auch in den kleineren Time-Films, aber so der Impuls fehlt, das Volumen fehlt. Dann eben diese Fake-News, beziehungsweise ja Fake-News, je nachdem wie ihr es nennen möchtet. Aber da fehlt mir momentan einfach die Hoffnung, hier von höher steigenden Kursen auszugehen. Auch wenn wir hier, das ist jetzt die kleine Analyse mal auf dem 4-Stunden-Time-Film, mal eine Bullish-Divergence haben auf dem 4-Stunden-Chart. Diese Bullish-Divergence kann uns zumindest mal eben in diesen kleinen Bereich von 52 bis 53 Cent bringen, maximal sogar 54 US-Dollar-Cent hier oben, um den Pivot mal anzutesten und dann wiederum möglicherweise als Widerstand anzuerkennen und die Reise dann wirklich hier nach unten hin fortzusetzen. Also das heißt, ich bleibe hier weiterhin bearish, was den Kursverlauf anbelangt. Es gibt hier, wenn ihr einsteigen wollt, da haben wir auch schon die letzten Monate immer wieder drüber gesprochen, dann wäre jetzt, beziehungsweise hier bei 47 US-Dollar-Cent eine Möglichkeit. Die zweite und die werde ich persönlich dann auch nochmal nutzen, wird hier bei 42 US-Dollar-Cent liegen und die dritte und letzte hier wieder bei 30. Das sind momentan so die Möglichkeiten, um XRP möglicherweise auch als HODL nochmal nachzukaufen, aber jetzt hier aggressiv zu akkumulieren, sehe ich momentan oder derzeit einfach keinen Anhaltspunkt. Es wird wahrscheinlich maximal oder frühestens im April eine Gerichtsentscheidung von der SEC geben, wenn die sogar auch erst im Mai, dann haben wir auch noch Bitcoin-Halving und sowas, dann kommt die ganze Euphorie möglicherweise noch zurück. Aber vorher müssen wir uns bei XRP einfach darauf einstellen, dass diese Kurse weiter nach unten hingehen, außer es kommen noch irgendwelche plötzlichen Mega-Bomben-News und so, XRP übernimmt das Zahlungssystem oder was weiß ich, was ich nicht glaube. Deswegen müssen wir einfach realitätstreu, nah einfach bleiben und einfach so der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die Chance, die wir schon seit Wochen, Monaten immer wieder besprechen, dass wir hier diesen Wig noch holen und dann erst wirklich eine Rallye sehen, die bleibt auf jeden Fall und da bleibe ich auch dabei, weil dieser Wig ist einfach zu groß, um nicht beachtet zu werden. Und in den kleineren Timeframes kurzfristig haben wir, wie gesagt, drüber gesprochen, Erholungen oder Zwischenerholungen sind immer wieder möglich. Vor allem jetzt auch mit dieser 4 Stunden Bullish-Tour-Wertions haben wir die Möglichkeit, hier in Richtung 54 US-Dollar Cent mal hoch zu steigen. Ob das dann hier nach oben hin durchbrochen wird und wir hier eine Bestätigung sehen, das wird sich dann zeigen. Aber das sind so die nächsten Widerstände, um dann die 60 Cent in Angriff zu nehmen. Das wäre die bullischste Variante, sollten wir hier aber bereits, wie gesagt, rejected werden. Dann gehe ich ganz stark davon aus, dass wir uns dann langsam aber sicher, also nicht in einem Atemzug, sondern wirklich langsam aber sicher in Richtung 42 US-Dollar Cent bewegen. Schreibt gerne mal eure XRP-Prognose rein oder wie findet ihr diesen Hack? Sagt ihr, okay, nee, war eh Privatkunden oder sagt ihr, nee, hat schon ein bisschen das Vertrauen, ein bisschen geschmälert bei XRP? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche zum nächsten XRP-Update-Video wieder. Ansonsten, schönes Wochenende, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und dann war es das von mir. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.